Hier spreche ich von einem Traumjob. Ich kann so viel bewirken. Genell, besser, günstiger, das liegt auch in unserem Herzen. Für uns ist es ein Ehre, in diesem Terroir zu arbeiten. Es kommt mir manchmal wie eine grosse Familie vor. Ich bin der Weka Welt. Ich arbeite als Produktmanagerin für die Landwirtschaftsartikel bei Landischweiz. Ich bin auf dem Land aufgewachsen. Meine Eltern sind Bauern. Ich bin grün geprägt. Die Landwirtschaft liegt mir sehr am Herzen. Willkommen in Shanghai! Mein Name ist Hao Wen, der Landgemeinschaft in China. Ich nenne China auf, wir haben ungefähr 30 Mitarbeiter. Wir sind der Brückenbau zwischen Schweiz und China. Ich bin Christine Buege. Ich bin die Ladenleiterin. Ich stehe jeden Morgen gerne auf und freue mich auf die Arbeit. Ich möchte hier sein für die Menschen aus unserer Region. Wir sind hier, am Cœur de la Vosch, bei den Frères du Bois. Unsere Unternehmen ist eine familiale Unternehmen. Wir sind Grégoire und Frédéric. Wir machen uns große Unternehmen. Wir machen einen Beruf, einen Einzigenplan. Es geht schon wieder. Der Anspruch ist, dass ich mich mit den Produkten, die ich selbst betreue, perfekt auskenne. Dass ich weiss, was hinterher steckt und wo man auf jeden Fall etwas optimieren kann. und gleichzeitig die Produkte auf den Markt bringen, die die Qualität für sie hat und die Kunden oder die Bauern mit dem arbeiten können. Am meisten Effekt kann ich Produkte auswählen, dass ich aber auch harte Verhandlungen führen kann. Gleichzeitig haben wir alle immer nur ein Ziel und das ist, dass wir Kunden glücklich machen können mit unseren Produkten. Unsere Team wissen, wo ist die Fabrik für richtige Artikel. Unsere Leute sind ständig unterwegs bei dieser Fabrik, um Qualität zu kontrollieren, um Kommunikation zu verbessern, auch um die Produkte zu entwickeln. Für Lande hat er gute Produkte und gute Preise. Der Lieferant profitiert von Arbeitsbedingungen und auch von Nachhaltigkeit und Qualität. Ich schätze die abwechslungsreiche Tätigkeit, dass man einander hilft, dass man da ist, vorne an. Und auch die Lieferanten. Gerade die, die wir das Regionalen liefern, die liegen mir sehr am Herzen. Das Lande-Leben macht ganz sicher aus, dass es eine gewisse Bodenständigkeit hat. Wichtig ist mir, dass ich den Kunden weg abholen kann, bevor er die Hilfe braucht. Das Lande-Leben macht ganz sicher, dass man glücklich rausgeht und gerne in Lande-Leben kommt. Das Lande-Leben macht ganz sicher, dass wir die Unternehmen in der Nähe von Nachhaltigkeit haben, in 1927, in der Tour de Marsan. Der erste Herausforderung ist, ich glaube, heute, zu arbeiten in harmonie mit der Natur. Die Idee ist, dass wir die Tätigkeit besser aus der Tätigkeit haben, um die Tätigkeit zu erinnern, um die Tätigkeit zu erinnern, um die Tätigkeit zu erinnern. Wir versuchen, die Qualität zu erinnern. Wir setzenen sehr hoch, um die VIN zu erinnern, um die VIN zu erinnern, um die VIN zu erinnern, um die VIN zu erinnern. Heute, die Distribution in der Gegend ist immer mehr wichtig. Die Partnerin, wie wir gesagt haben, sind sehr wichtig, um die VIN zu erinnern. Der Partner dauert seit mehr 30 Jahren. Der Partnerin, wie wir die VIN zu erinnern, um die VIN zu erinnern, um die VIN zu erinnern. Die Menschen, machen es aus. Unsere Produkte mit guten Preisen, wie sie die Storz darf. Die Philosophie, die Leidenschaft, ich würde sagen, ich brenne für meinen Job. Die VIN zu erinnern, um die 산 iTunes zu erinnern, um die Warschau, Jelly 99-40 самые Zucker 확인 und kann frei allusionen sein. Junke, die Leidenschaft, ich habe Tageypro당 DIP verursachen, relaxer und weniger angebınd для gewissest тайенд gave die WENN zu erinnern. Ich glaube, sie hat unfair gesch biosf karena alle Boote verte 추 seismieren. Sie können nicht darüberPoint, um die VIN zu erinnern, um die Binnen zu erinnern, um die Sprechungs에서는 opposition zu erinnern.